180 PS, 2,3 Liter Turbolader, da hat er ATS-Falgen, ja, Sondermetallic-Lackierung, Schrotgurte und da hat natürlich auch CD-Wächter, Dolby's Around, ist klar, ja. Ja, und da haben wir jetzt den R. Was denn, ey, Andrea, ey, du bist in meiner M3 gestiegen, ohne mich zu fragen, ey. Patrick, jetzt beruhigen Sie sich, Ihre Frau kann fahren. Sie haben sie doch nicht in meinen Wagen am Sto- Da ist er, der weltbeste singende Reporter, Marco Bomsen! Die Frau Kaiser, jede Woche eine neue Welt! Richtig, Marco, wir wollen ja wieder schöne Sachen vorstellen, die Sie, liebe Talkfreunde, bei uns bestellen können. Marco, was hast du heute im Angebot? Ja, alles rund ums Auto, zum Beispiel dieses sagenhafte Politur-Set. Andere Pflegemittel sorgen zwar für oberflächlichen Glanz, aber diese Politur dringt tief in den Lack ein und pflegt ihn dann von innen. In Verbindung mit dem neu entwickelten Poliertuch entsteht ein sagenhafter Glanz, der lange anhält. Sie bekommen noch den Original-TV-Kaiser-Fuchsschwanz. Gibt übrigens auch in Gold von der tollen Lieberant-Nicht-CD ganz zu schweigen. Ja, danke, Marco, schweigen ist ja auch Gold, ne? Ja, dieses tolle Angebot können Sie, meine Damen und Herren, bei uns bestellen für nur ganze 359.90. Rufen Sie gleich unsere Hotline an. TV-Kaiser, jede Woche eine neue Welt. So. Langsam könntest du mal den zweiten Gang schalten. Da könntest du vielleicht ein bisschen mittiger fahren. Nee, etwas mittiger vielleicht noch. Und da hättest du jetzt abbiegen müssen. Der verschleißert seinen Preis. Liebe Talkfreunde, Manfred, wir haben eine positive Nachricht. Ihre Frau und der Gelbe Engel vom ADAC, die sind jetzt eingetroffen. Marco, hol Sie bitte rein, ja? Marco, hol Sie bitte rein, ja? Da gibt es leider ein kleines Problem. Weg mit dem Problem. Hol Sie bitte rein, ja? Ja, die Frau Kress, die will nicht ins Studio kommen. Ja? Die sitzt nämlich da draußen und weint. Och Mensch, Rita. Rüber weinen. Und Sie sorgen wirklich dafür, dass mich keiner erkennt. Ja klar, dann fahr ich doch den Balken dabei. Oh. Oh, dann. Der Reiners hat immer gesagt, wir machen jetzt eine Überlandfahrt. Ja, also ich hab mich schon gewundert, dass wir so über holprige Feldwege in den Wald reingefahren sind. Ja. Und da hat er mich dann angetatscht und er hat gesagt, ich solle ihm dankbar sein. Ach, das war ekelhaft. Mein Führerschein hab ich allerdings immer noch nicht, weil er gesagt hat, den Umgang mit dem Schaltknüppeln müssten wir noch verbessern. Dann hat er immer meine Hand so an seine Hose gezogen. Oh. Ja, Herr Reiners. Liebe Ramp mich, Liebe Sand mich, wir zwei bereisen diese ganze Welt. Oh, warte, bist du an meiner Tür, es schältst, denn du zahlst alles mit deinem Geld. Das ist, was mir an dir gefällt. Ja, das auch noch. Dürfte ich bitte Ihren Führerschein haben? Wat is? Wat is? Den Lappen her. Muss das sein? Jetzt, hier ist es. Schmacht er doch nie wieder. Hier. Dankeschön. Jetzt ist wieder Ruhe auf der Autobahn. Hoffen wir.